Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Twilight Fusion mit Maurice, hallo da. Hallöchen. Ich hab was, halt, warte mal kurz, starten noch nicht, ich hab was vergessen, jetzt schon wieder. Den Sound leiser zu machen, Lautstärke, willst du öffnen? Twilight Fusion, äh. Wusste nicht, ich werd's auch noch eben machen müssen. So, ich bin, hab's geändert. Ist besser? Äh, ein bisschen. Ich glaub ich, im Aufnahmeprogramm auch noch ein bisschen leiser machen. Ja, das müsste jetzt besser sein. Oder bin ich immer noch, ich glaub ich bin immer noch ein bisschen zu laut. So, ich hab jetzt die Anstrengung mal geändert, wir haben nur 300 Eben. Wollten wir das nach 20 Minuten schaffen, dann haben wir verkackt. Wenn wir das mal runterstellen. Äh, bitte an, wir starten einfach. Ja. Wir nehmen die Bitwiper natürlich. Uh, jetzt direkt eine Extreme in der Hälfte Lust. Kannst du da gar nicht. Es... Uh, Paketverlust hab ich. Ja, warte, warte mal. Scheiße. Oh. Achso, gut. Ja, ja. Loll. Da weiß, guck mal, wie weit du da einfach springen musst. Ja, das geht ja. Und wie das hat so dunkel? Ja, bin da. Bin da. Bin da. Ich konzentriere mich nochmal. Aber du hast ja echt wie die geilsten Strecken ausgesucht. Soll ich dir das mal sagen? Ja. Du hast deine nicht gefunden. Also hab ich gedacht, okay. Boah. Oh. Hm. Hab ne Idee. Jetzt kommt. Da kann man ja reinfahren. Da hab ich gar nicht. Ich geh zu sehen, dass man da reinfahren kann. Aber ich hab 36 MPS. Ich hab jetzt die Anzeige bei mir im Spiel. Ach, du nimmst ja nicht mit OBS auf, oder? Doch. Hä, da gibt's eine Anzeige? Ja, kannst du einstellen. Wenn du die Spiele halt in der Hand kannst. Dann kriegst du ja diese, äh, Kästchen links. Da kannst du über einstellen, kannst du das direkt rum, der erste oder zweite Punkt ist, kannst du das einstellen, als du die MS anzeigst. Also, ob das war FPS oder ne. Äh, MS. Mein Aufnahmeprogramm sagt mir grad 60 bis... 59 bis 60. Wie gesagt, da weiß ich FPS und das hab ich auch im Spiel. Hast echt die geilste Strecke ausgesucht, ey. Ja, das... das dachte ich mir, was ich geil bin. Ich glaub ich werd die Folge ein bisschen kürzen. Ja, ne? Ja. Äh... Scholz? Nein! Das wird echt nicht noch da drauf, das kann ich ja gehen. Ja, ich seh's ja. Mach da doch drauf. Hat ja auch nur 85 Versuche gebraucht. Dann machen wir jetzt mal die 160 Folgen. Versuch, Astrak. Ey... Das war schon wieder so. Diesmal hat es nur über 20 Versuche gedauert, bis ich da hingekommen bin. Der Baum ist schon einen halben Meter zu hoch. Ich war zehn Zentimeter runter und das wird passen. Kein Problem mehr dann. Dann ist das kein Problem. Guck mal, ich versuch' ich nicht. Ich glaube aber 80, so kann ich gar nicht respawnen, Alter. Nein, ich fordere mich. Yes! Weg mich! Hast du das geschafft? Nein, ich war mir voll halb wieder drauf. Jetzt wird's nicht besser. So, bei mir geht's jetzt mal weiter. Ich hab schon die erste... Erste Stelle hab ich schon geschafft, die zweite wird schwierig. Aber das Spiel macht's schön und macht echt verdammt aufgeschüttet. Ich wollte gleich noch Bindelbacher auffüchten, aber... Ich kann sich ja nur noch umschutten, Alter, heute. Schöne Explosion, geil. Ich wär ja schon mal bei dir wär. Wär ja schon mal gut. Was soll ich nicht... Der, der zweite hat extrem geleckt, wo das an uns gezeigt wurde. Ja! Sicher! Nein! Ha! Lappen! Boah! Mann, war das knapp, Alter. Boah, ich hätt's fast geschafft. Boah! Es leckt! Weiß ich mir jetzt die Technik circa, jetzt muss ich's nur noch rauskriegen. Ja. Also Technik ist ganz wichtig. Nein! Fuck, alt. Auch in der Schule ist Technik ganz wichtig. Vor allem Anderen. Vor allem Anderen, ne? Vergess nicht Mathe morgen. Ich weiß, ich... Ich nehm... Ja! Na! Schon wieder! Och, ey! Ah, scheiße! Juckt! Dass Maurice jetzt immer noch nicht begreift, dass wir für schwere Maps noch nicht zu haben sind. Oh! Was? Sorge mal! Ich hab ja nur noch... ...hundertsiebzig Versuche... Ne, hundert... ...fünfzig... ...sechzig... ...sechzig... ...siebzig... ...versort... ...siebzig... ...versort... ...versuche noch... ...siebzig... 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 ...dass ich grad geschafft habe. Ich hüpfe auf meinem Stuhl rum wie so ein Hampelmann gerade. Der bleibende Fehler 100... Ach du Heimatland. Bei mir brennt das einfach gerade da hinten alles. Ja, bei mir auch. Richtig schön perfekt geil für die Aufnahme. So muss das. Riesige Dateien, so muss das. Ja, wenn... ...wenn nicht... ...wenn... ...wenn schon dann richtig, ne? Ja. Ich glaub das wird eine mit der längsten Toil-Zwischenfolge, die ich schneiden werde. Wieso hat das einmal geknappt, wird jetzt nicht mehr... Ja, das... das Problem hab ich auch die ganze Zeit. Drei mal... ...drei, viermal grad ohne Probleme da hochgekommen aber jetzt. Nein! Ach, lebe mich doch mal sch... Schauke! ... unter war so gut. Tschüss, dass natürlich guten Be increase. hoffentlich sind das andere leichte strecken ja auch alles hardcore gleich hast du nicht die andere karte noch geschafft gerade ich glaube wir sollten festmachen keine schweren stecken erstmal für die nächste zeit wenn ihr da irgendwie tipps habt wie das besser geht soll immer mehr in die kommentare ich habe noch 50 versuche ich habe auch 95 nein ich habe die idee das war zuviel 40 versuche habe ich noch das kann den markt aber bei der sache ich leck mal jetzt fängt an zurück natürlich genau ich oben bedanke spiel leck mich dann fängt es bei mir zu ruckeln das ist das ist die skala was ich da mal habe was was schlecht ist ich habe noch 20 ich war im ersten schon oben drauf und darauf war ich auch schon wenn es halt jetzt irgendwie die letzten 100 versuche ging gar nichts mehr fast nichts mehr noch 10 alter wie fies ist das denn ich war oben drauf und bin dann drüber gesprungen alter wie fies war das denn bitte ich habe noch fünf noch einen ja ich bin raus jetzt warten wir auf moris ja jetzt müssen wir auf moris warten tut mir leid du siehst mich aber jetzt ne bisschen dämlich aber ich sehe dich keine sorge ich wechsel auch meistens immer ein bisschen in der aufnahme die ansicht deswegen du warst oben drauf wo ist mein notizblock da sicherlich nicht Du schaffst das heute schon, oder auch nicht. Danke für die Aufmutterung. Dafür bin ich da. Drei Mal oben schon. Zwar bin ich gut rübergekommen dann, aber... Das ist immer so, am Anfang geht alles ganz einfach und danach kriegst du das nicht mehr hin. Aber Maurice hat es ja auch bald hinter sich gebracht. Ja. Ja, das ist jetzt ja auch gleich hinter uns, dann können wir nicht wieder weitermachen. Ja, endlich, jetzt können wir weitermachen. Hat ja auch bisher nur eine Viertelstunde gedauert. Neu, 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 naja, immerhin ist neun nochmal, ne? Mit Viper, mit Viper. Naja, ich bin noch ein Notieren, Sekunde. Äh, da. Boah, fast das Ver... Boah, fast Zeit war umgewesen, er leckt mich der Marsch, ey. Und gerade ganz ein Krampf im Ringfinger. Uh. Ich hab grad am Handy noch ein bisschen gespielt, deswegen. Ach. Ich seh nix, ist das Problem. Ach, doch, ich seh was. Oh, jetzt leckt's. Nein. Natürlich, jetzt leckt's. Jetzt fängt er zu lecken. So, logisch. Hallo, kann das aufhören zu lecken? Nein. Wieder verkackt, das kann ich an den Marken. Das ist doch heute. Ah, jetzt. Ach. Ach. Bisschen schief alles hier. auch er schaß aufgestoßen schon wieder kopf gestoßen 6 sch Alter, Alter, du bist richtig lustig hier noch. Alter, Verwalter, ist das geil, Alter. Den Grafen, ey. Gerade noch so geschafft, ey. Glaubst du gar nicht, was nachher noch ist, Alter. Ja, dann warte mal kurz, eben. Ich bin gerade dabei. Warum hau ich mir nicht immer mal die Birne mit einem Fettmotor? Oh. Oh. Äh, wo bin ich? Oh, da bin ich. Verkackt. Oh. Oh. Verkackt. Ich finde das auch mega heißen hier, Alter. Also, ich werde mir auch hier zwei Minuten, Alter. Schau ich nicht mehr. Ja. Boah, geile Map. Geile Map. Boah, ist das laut, ey. Leck mich am Arsch. Schnell weg hier, ey. Ja. Ja, macht mal weiter. Boah. Mit Viper, mit Viper. Ja, bin ich ja der Meinung. Oh, Ping 300 läuft. Ja, in die Länge der... Ja, mal schauen, obwohl die Länge geht mit 17 Minuten sogar noch. Ja, meine Entscheidung war ein Fehler. Eindeutig. Ach nee, doch kein Fehler. Bin einfach nur zu dämlich. Ich habe das Quad ausgewählt. Gedacht, weil das vielleicht ein bisschen besser ist. Und vielleicht ein bisschen zu punkten. Ist es aber nicht. Jedenfalls nicht, wie ich es gerade benutze. Ich bin dein Kopf angehauen. Ey, wartest du wieder? Danke. Na ja, wenn du gleich das Ziel irgendwo ist. Das Traum, boah. Das muss nicht schwer sein. Ey, das ist doch nicht wahr, Alter. Das ist mir geil eingeholt. Das ist wieder so eine Strecke hier für... Gigantit mit Motorrad einfacher wäre. Ne, nicht. Du hast es gut. Ah, jetzt habe ich es wieder gut. Aber jetzt habe ich es ja eigentlich. Ich auch, bin hinter dir. Das Ding hat Grip, ey. Das ist ein Wahnsinn. Oh. Ach du. Ach du. Ach du. Alter, weil das so lange geht. Riecht mich, Alter. Ja, ich habe es verkackt, indem ich zu weit geflogen bin. Ah, ziehe. Ich war hier. Ja. Es kann nicht angehen. Er leckt nicht am Arsch. Wir machen das mal. Wolltest du mich jetzt haben überholt, oder was? Ja, ich dachte, ich spring mal rein. aber das war es das war wohl nicht eine gute Idee nicht eine gute Idee Big Boss ja da haben wir eine Überfolge auch nicht geschafft wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall Abonniere unseren Kanal ich schaue auf jeden Fall in der Infobeschreibung vorbei findet ihr alle wichtigen Links zu einem möglichen Geduld da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bis dann, ciao ciao und bye bye Tschüss